Lieber Thomas Gottschalk, ich, André Mewis, mehrfacher Weltmeister an verschiedenen Kampfsportarten, wette, dass Christian Anders den schnellsten Schlag auf der ganzen Welt hat, den niemand abwehren oder blocken kann. Fertig? Nochmal. Fertig? Jedes Mal auf die Halsschlagade getroppelt. Jetzt haben wir noch jemanden, der sich dafür interessiert. Jawohl. Fensei. Okay. Wuhh. Fensei. Jetzt möchte ich aber. Leistungssinn. Wuhh. Mwumumum.